Hallo ihr Lieben und Willkommen zu diesem Video. Ihr habt es wahrscheinlich schon oben gelesen. Das ist eine Verlosung, beziehungsweise beinhaltet dieses Video eine Verlosung. Und in diesem, bevor ich dazu komme, da wird nämlich was vor drin sein, zeige ich euch etwas, was ich zugeschickt bekommen habe von Glanzmädchenshop. Da habe ich zum einen, jetzt seht ihr es gerade nicht, diese Kette hier bekommen. Die finde ich sehr, sehr schön. Ist so richtig einfach eigentlich, beziehungsweise sehr schlicht. Einfach so ein Plätzchen, das wollte ich immer mal haben und das trage ich jetzt wirklich, seit ich es bekommen habe. Genau. Dann habe ich hier noch, das werdet ihr alles noch auf Instagram-Bildern sehen, bestimmt auch mal an mir oder in Vlogs werdet ihr das noch sehen. Einmal hier echt silber, so ein Armband, passend dazu eine Kette mit so Würfelchen. Aber wie gesagt, da werdet ihr noch genug sehen und die Kette, die ich trage. Und ansonsten habe ich nämlich noch etwas für euch bekommen. Es wird nämlich nicht nur diese Verlosung hier auf YouTube geben, es wird auch noch gleichzeitig eine auf Instagram geben. Also guckt gerne bei Instagram vorbei, da heiße ich auch laurasbeautychannel. Also da einfach schauen, dann habt ihr die doppelte Gewinnchance, entweder da teilnehmen oder hier oder beides am besten. Und da gibt es auch jeweils eine Kette zu gewinnen. Also seid gespannt. Ich fange direkt mal an und zeige euch einfach mal, was es zu gewinnen gibt auf YouTube hier. Da fange ich direkt mal mit dem Schmuckstück an. Da ist eine Kette nämlich drin, die ist hier. Ich packe die mal kurz aus, dann könnt ihr sie besser sehen. Das ist einmal diese Kette hier. Das ist einmal wie so eine Flaschenpost, sage ich mal, mit so einem rosa Steinchen. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Sehr schöne Kette. Ich mag ja sowas, wenn da so kleine Steinchen immer dran sind. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Die habe ich einmal für euch. Dann habe ich hier von Sleek ein Face Contour Kit in Medium. Von Catrice einen Nagellack. Nochmal etwas von Sleek und zwar den Gloss Me Gloss. In dieser wunderschönen sommerlichen Farbe. Dann hätte ich noch von Pure eine Fully Charged Mascara. Von Redken das No Blow Dry NBD Airy Cream oder die Airy Cream. Von Catrice die Make-Up Transformer Drops in der dunkleren Variante. Einen Duschschwamm von Duschdass. Hier ist noch so ein kleiner, es ist aus der My Little Box so ein kleiner Anstecker drin, sag ich mal für eine Jeansjacke oder so. Und dann von DM das Gesunde Plus Magnesium Ölspray. Und was ich sehr cool finde, das ist auch aus der My Little Box ist hier so ein... Ja, hier seht ihr, wofür ihr das alles benutzen könnt. Einmal für die Haare, als Halstuch, Armband. Alle Tasche könnt ihr es machen, an die Hose oder hier auch so. Also ich würde es persönlich für die Haare benutzen. Also so ein schönes Halstuch, Haarband, sowas. In so einer grünen Optik. Sehr, sehr schön. Also eigentlich ganz coole Produkte, die ihr hier gewinnen könnt. Teilnahmebedingungen stehen alles unten. Also einfach mal durchlesen. Da habe ich alles weitere geschrieben. Wie gesagt, auf Instagram gucken. Und ich habe noch etwas sehr cooles für euch. Und zwar habe ich noch einen Rabattcode für diesen Glanzmädchen Schmuckshop. Und zwar findet ihr den einmal hier eingeblendet. Und zwar ist das Laura's Beauty Channel 15. Damit habt ihr 15% Rabatt auf das ganze Sortiment. Bis zum 13.8. Aber das steht auch nochmal unten. Also einfach in die Infobox gucken. Da stehen alle Infos mit dem Rabattcode. Was ihr tun müsst, um zu gewinnen. Also einmal reinschauen und bitte alles davon erfüllen. Weil sonst werdet ihr nicht gewinnen. Ja, ich hoffe, euch freut es, dass ich mal wieder was für euch dabei habe. Beziehungsweise gleich zwei Verlosungen. Dann auch noch auf Instagram. Ich hoffe, ihr nehmt alle zahlreich teil. Und ja, ich drücke euch die Daumen. Viel Glück dabei. Ciao.